Gestern war der 75. Jahrestag des Grundgesetzes. Welchen Bezug haben Sie zum Grundgesetz? Was bedeutet es Ihnen? Durch das Grundgesetz geht es mir seit dem 3. Oktober 1990 besser. Reisefreiheit, finanziell, ökonomisch geht es mir auch bedeutend besser. Die Gehälter bedeuten besser. Ich habe dieselbe Arbeit vor der Wende gemacht wie nach der Wende. Welche Arbeit? Ich war schon früher beim Senat. Das war schon der Schritt in eine positive Richtung. Da kann ich mich nicht anders sagen. Grundgesetz selber habe ich so jetzt nicht gelesen, aber durch die Medien muss ich doch sagen, dass das schon eine tolle Sache ist. Für die Bundesrepublik Deutschland. Ich hoffe nur, dass das nicht geändert wird oder missbraucht wird von irgendwelchen Leuten. Die Großzügigkeit, die Gutmütigkeit, die darin verankert ist. Denken Sie da an die Gefahr, die von der Alternative für Deutschland ausgeht? Ich kann diese Leute schlecht einschätzen. Ich wähle sie nicht. Gefahr weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern sich auch an die ostdeutschen Bürger gerichtet, die vielleicht mit dem Grundgesetz hadern. Weil das Grundgesetz gilt ja dann seit 1990 für alle Deutschen. Ich meinte auch nicht Sie persönlich. Er hat wohl allgemein gesprochen gestern, der Bundespräsident. Also ich lebe hier in Berlin schon über 50 Jahre. Ich kann mich nicht beklagen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich jemanden kennen sollte, der mit dem Grundgesetz hadert. Weiß ich nicht. Also ich habe keinen Grund, mich irgendwie zu beklagen. Weil Sie schon einige Jahrzehnte länger in Berlin leben als meine Wenigkeit, würde ich Sie noch fragen, was lieben Sie so sehr an Berlin? Was schätzen Sie an Berlin? Großzügigkeit, Freundlichkeit, Umgänglichkeit, Mentalität ist freundlicher als wie bei manchen anderen Leuten. Der Service, U-Bahn, S-Bahn, das ist alles in anderen Städten nicht so hoch. Perfekt ausgebaut. Ich könnte nicht noch so viel sagen, fällt mir bloß nicht ein. Ist immer so, wenn man plötzlich eine Kamera vorm Gesicht hat. Ich möchte auch nicht in Ihrer Lage sein. Worauf freuen Sie sich heute? Ich würde jetzt gerne hier ins Haus gehen, ein bisschen angucken und dann zum Demokratiefest und da sind die Bundesländer. Die präsentieren sich da immer bei anderen Veranstaltungen, 3. Oktober und so weiter und so weiter. Das ist immer interessant, die verschiedenen, wie soll ich sagen, Prospekte oder manchmal gibt es auch Essen. Also, ich weiß nicht, ob Sie aus dem Grund, dass es heute gibt, weiß ich nicht, oder zu trinken. Diese verschiedenen Kulturen kann man ja nicht sagen, aber doch vielleicht doch. Doch, für die Vielfalt. Deutschland ist ja auch ein Land der Vielfalt. Deutschland verschiedene Mentalitäten und Kulturen. Dialekte, Dialekte, ja, ja, ja. Das so ein bisschen kennenzulernen, das ist sehr interessant. Dann wünsche ich Ihnen ein ganz schönes Demokratiefest heute. Bringt es jetzt zum Fernsehen, oder? YouTube. Ach so, ich habe sowas nicht. Ich habe sowas nicht daran. Vielen Dank.